Oh mein Gott! Oh fuck! Oh scheiße! Sie ist auferstanden! Hilfenzahl ist da drin! Sie ist echt gefährlich! Aber ich auch! Gebraucht! Hope, sweet hope! Ey, wann gibt's eigentlich mehr von dem Grünzeug? Was ist mit dem Mais passiert? Ich geb' mal ne linke Tito für ne Piña Colada Aber die stehen doch nicht auf der Karte, oder? Hier geht es um mehr als nur Profit-Ladies Ich kann dir erzählen, wie du hier überlebst Du lässt dich mit Kriminellen ein? Solltest du hier entgangen sein Diese Bude hier ist voller Krimineller Und wir sind zwei davon Drei Kann man die Hulle Nuster mitzählen Zeigen Sie Leistung Oder ich find jemanden, der ihren Job macht Mendes ist wieder da, Bitches Chapman im Besucherbereich melden Und wo ist Daddy? Wir haben abgemacht, dass wir's dir nicht sagen Aber du kannst raten Ist Daddy tot? Papa geht's gut, aber... Polly, Larry, Großmutter Großmutter ist tot! Großmutter krank! Großmutter ist totkrank! Großmutter ist totkrank! Und wenn die Welt draußen sich immer weiter dreht Wir verschwenden Die besten Jahre unseres Lebens hier drin Ich hab meinen süßen Haarenlose Verlobten Und meine berechnende Hinreisende Ex verloren Und ich hab kein Zuhause mehr Ich bin eine Gefangene Ich habe gar nichts Was soll ich bitte tun? Sie werden bestimmt ein großartiger Vater Die Hoffnung stoppt immer zuletzt, oder?